wir haben auf jeden fall so nah wie seine schnecke gefunden schon mal nicht schlecht hallo und herzlich willkommen zur 115 folge ja ich muss jetzt mal richtig gas geben und laufen weil ich bin da gerade da oben runter gesegelt bis da oben irgendwo da irgendwo geschafft und ja um auf den nächsten vorsprung zu kommen musste ich ein stück fliegen und hat nicht ganz gereicht also flitzen wir da noch mal eben schnell rüber im wasser irgendwo ist die kiste das nehmen wir alles gehen aus dem wasser raus da ist er da ist er wie komme ich nach unten wie kann ich tauchen so dann machen wir das so und wieder bin ich hoch gekommen hallo ich will runter ich will tauchen leute wie ihr seht ich habe gerade noch mal einen der spielstände geladen bevor ich gestorben bin denn ich finde es ein bisschen albern dass ich da nicht an die sachen rankomme ist jetzt einfach so ich mache sowas nicht gerne ist jetzt einfach so dass ich da eben nicht drüber gehe jetzt gucken wir mal wo wir noch hingehen könnten im endeffekt da hoch irgendwie da hoch dann schauen wir mal dann 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 mal gucken haben wir so alle weg oder haben also nicht weg dann 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 packen wir auf dann 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 da Vielen Dank. So, wie sieht es aus? Komme ich da hoch? Ah, hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf. So. Da komme ich nicht hoch. Und hier bin ich drauf. Wow. Ich würde sagen, da rüber. Jawohl. Okay. 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 Sieht nicht so aus, als wenn ich hier irgendwie hoch... Was soll das? So. So. Soll irgendwie glatt sein. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Was ist das hier? Bin ich oder? Okay. So. 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 Okay. und wieder gestorben wo kam dieses vieh her was war das für ein vieh ich hab dann zwei drei magazine reingehauen und dann doch ganz oben da komme ich ja ohne jetpack gar nicht mehr hin dann wäre wieder der ludweg auch man das macht doch echt keinen spaß na nun mach hin ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, also hier scheint es nicht weiter zu gehen. Nein, reicht nicht. Wir haben auf jeden Fall so eine, Lisa eine Schnecke gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier ist noch mal eine grüne. Okay. 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 Was ist das da oben? Nee, machen wir nicht. Okay. 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 Vielen Dank. Eine gelbe Schnecke. So, da unten waren wir schon mal. Aber hier oben ist es interessant, finde ich. So, da unten waren wir schon mal. So, da unten waren wir schon mal. So, da unten waren wir schon mal. Da ist einer. Hier ist einer. Ja, wenn ich falle, dann sehe ich zu, dass ich darüber schwebe. So, da unten war ich schon mal. So, da unten war ich schon mal. So, dann gucken wir noch mal, wo wir sind. Da irgendwo. Ja, da in die Richtung, das wäre schon interessant. Okay. So, da unten war ich schon mal. So, da unten war ich schon mal. So, da unten war ich schon mal. So, da unten war ich schon mal.